Hallo, ja, hier ein weiteres Highlight aus der Kollektion 2018 von Raleigh. Man weiß es nicht, dass es eins ist, weil es ist nur erhaben, auf dem Rahmen geprägt, sehr, sehr dezent. Heißt Boston Premium, weil es einfach eine sehr gehobene Ausstattung hat und weil es den Impuls Evo Motor hat, den hauseigenen Motor, der sehr kräftig läuft. Hier haben wir jetzt die auf dem Motor aufgesetzte Batterie hinter dem Sitzrohr, was den Rahmen zwar ein bisschen länger macht, aber was der Rahmengeometriakal nicht schadet, weil es sowieso ein Rad ist, wo man sehr aufrecht drauf sitzt und was sehr spurtreu ist. Was auch besonders ist an dem Fahrzeug, ist der Zahnriemen. Ich habe eben keine normale Kette, sondern einen ganz wartungsarmen Zahnriemen. Sehr leise und komplett wartungsarm. Schönes Display mit einer großen Anzeige, fest installiert, brauche ich nicht abnehmen, kann ich deswegen nicht verlieren und auch im Detail eine sehr hochwertige Ausstattung. Ist sehr schick, gefällt mir sehr gut. Danke.